Es ist auf einer grossen Eisfläche, und dann hast du gute Polster hin. Es ist der schnellste Mannschaftssport. Und dann bist du einfach am Bock und auf dem Meistern fahren. Ich gehe auf Vorwärts. Wichtig ist das Timing, wenn ich hier viel zu früh bin. Man kann immer voll reingehen. Ja, es muss werden. Ich kann keine Tüte. Hau. Ich bin eine Turnip. Aber das Lied producing was auch mit Tüte. Jeff H